Nicht alle Menschen gründen Familien. Deshalb gibt es manchmal wirklich niemanden, der im Alter ein Glas Wasser bringt. Natürlich kann man das alles mit Geld und der Einstellung von Helfern kompensieren, aber es ist kein Geheimnis, dass man Freundschaft und Liebe nicht kaufen kann. Aber man kann einen Feind kaufen, wie die heutige Geschichte zeigt. Walkie, Wisconsin, USA, ist eine kleine Stadt mit etwa 15.000 Einwohnern, die in der Nähe von Milwaukee liegt. Die Beschaulichkeit der ruhigen Stadt wurde am 3. Oktober 2018 gestört, als die Pflegerin von Lynn Hörnern namens Jessie Koczewski den Notruf wählte. Nach ihren Angaben war die Frau zur Wohnung ihres Mündels gegangen, wo sie die 62-jährige Lynn ohne Lebenszeichen in ihrer Wohnung vorfand. Sie saß zusammengekauert in einem Sessel, umgeben von einer Reihe von Medikamenten. Jessie erklärte der Polizei, dass die Verstorbene seit mehreren Monaten unter starken Magenschmerzen litt, die sich mit der Zeit zu verschlimmern schienen. Dies war wahrscheinlich der Grund für ihr freiwilliges Ableben durch eine tödliche Medikamentenüberdosis. Als die Rettungsdienste eintrafen, erklärten die Sanitäter Lynn Hörnern für tot. Es wurde vermutet, dass sie an einer Vergiftung gestorben ist. Natürlich mussten alle erforderlichen Tests durchgeführt werden, einschließlich einer toxikologischen Untersuchung, um herauszufinden, woran genau die Frau gestorben war. Lynn wurde sofort auf den Tisch des Gerichtsmediziners gelegt, der ihr Blut entnahm und das Gewebe untersuchte, woraufhin eine seltsame Anomalie festgestellt wurde. Ein sehr hoher Gehalt an Tetrahydrozolin. Diese Substanz ist eigentlich in Medikamenten enthalten, aber keine der Pillen, die bei der Reiche gefunden wurden, enthielt sie. Wie sich herausstellte, ist diese Chemikalie in bestimmten freiverkäuflichen Augentropfen enthalten. Das Mittel wird verwendet, um Rötungen und Entzündungen der Augen zu lindern, was bei allergischen Reaktionen und sogar bei banaler Müdigkeit sehr wichtig ist. Dazu reicht es aus, ein paar Tropfen zu verwenden. Das Medikament ist sicher, wenn es auf die Schleimhaut des Auges gelangt. Wenn sie das Mittel jedoch oral einnehmen, insbesondere in großen Mengen, kann es schädlich und sogar gefährlich sein. Wenn eine große Menge des Mittels eingenommen wird und in den Magen einer Person gelangt, kann es erbrechen, inneren Blutungen, Gedächtnisverlust und bei hohen Konzentrationen sogar zum Tod führen. Und es ist ein sehr schmerzhafter Prozess, was sich mit den Schilderungen der Pflegerin über die anhaltenden Magenschmerzen, die die Verstorbene quälten, deckt. Der Gerichtsmediziner war sofort beunruhigt über diese seltsame Wahl der Sterbemethode, denn es gibt weitaus weniger schmerzhafte und schnellere Möglichkeiten. Eine 62-jährige Frau wollte wohl kaum monatelang leiden, um zu sterben. Höchstwahrscheinlich wurde ihr Leiden durch einen allmählichen Anstieg des Tetrahydrozolinspiegels im Blut verursacht. Auf dieser Grundlage vermutete der Experte, dass die Lynn Opfer eines Mordes geworden war. Laut dem Autopsiebericht stimmten die Ermittler dieser Version zu und begannen mit der Untersuchung des Verbrechens. Lynn Hernan hatte keine Kinder, die Frau hatte alle ihre Verwandten überlebt. Die erste dem Opfer nahestehende Person, die von den Strafverfolgungsbehörden kontaktiert wurde, um alle Todesumstände zu klären, noch bevor die toxikologische Untersuchung abgeschlossen war, war die 39-jährige Jessie Kurczewski, eine Pflegerin. Sie war diejenige, die den Notruf wählte, nachdem sie den grausigen Fund in der Wohnung ihres Arbeitgebers gemeldet hatte. Jessie hatte die einsame Lynn seit mehreren Jahren betreut. Ihre Beziehung wurde als freundschaftlich beschrieben. In mancher Hinsicht verhielt sich die Verstorbene wie ihre Mutter. Jessie hatte das Gefühl, dass sie nicht nur eine Betreuerin war, sondern eine echte Bindung zu der Frau aufgebaut hatte. Etwa fünf Jahre vor den beschriebenen Ereignissen hatte Lynn körperliche und psychische Probleme. Lynn hatte mit Depressionen und einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung zu kämpfen. Deshalb brauchte sie Pflege. Es konnte jedoch kein Verwandter gefunden werden, der die Pflege übernehmen konnte. In den letzten Jahren ihres Lebens litt die Verstorbene an vielen Krankheiten, aber keine davon war so quälend wie die Magenschmerzen der letzten Monate. Sie konnte nichts anderes als Suppe essen, da sie Probleme mit ihrer Darmtätigkeit hatte. Jessie überwachte ihre Ernährung und ihre Medikamente streng. Die Betreuerin wurde sofort auf die Polizeiwache eingeladen, um zu dem Vorfall befragt zu werden. Zur gleichen Zeit waren die Gerichtsmediziner noch dabei, die Leiche zu analysieren und Materialien für eine toxikologische Untersuchung zu sammeln. Es wurde davon ausgegangen, dass die Strafverfolgungsbeamten die notwendigen Informationen von der Betreuerin der Verstorbenen einfach abklären würden. Doch fast von Anfang an sah es etwas anders aus. Bei dem Gespräch war nicht nur Jessie anwesend, sondern auch ihre Mutter Jennifer. Die Frau war ebenfalls besorgt über die Situation, da sie vermutete, dass ihre Tochter in Gefahr war. Ihrer Meinung nach könnten die Ermittler ein unangemessenes Interesse an Jessie gezeigt und versucht haben, sie des Mordes zu beschuldigen. Der Effekt war jedoch das Gegenteil. Anstatt den Verdacht von ihrer Tochter abzulenken, wurde der Verdacht gegen sie geweckt und verstärkt. Die Polizeibeamten versuchten, mit Jessie zu klären, wie es zu einem solch tragischen Ausgang kommen konnte. Warum hat sich Lynn entschieden, auf so schmerzhafte Weise aus dem Leben zu scheiden? Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand mehr, dass Jessie gelogen hatte, und man glaubte, dass Lynn sich tatsächlich freiwillig das Leben genommen hatte, indem sie eine tödliche Medikamentendosis zu sich nahm. Den Polizeibeamten kam das Verhalten der Pflegerin jedoch verdächtig vor. Die Ermittler wollten wissen, ob es irgendwelche Vorbedingungen für das Geschehen gab, wie beispielsweise einen depressiven Zustand. Könnte die Frau schon früher versucht haben, ihr Leben zu beenden? Was war die Ursache für die schrecklichen Bauchschmerzen, die die Frau hatte? Aber Jessie konnte dazu nichts sagen. Es schien, als sei sie nicht nur über den Tod ihres Arbeitgebers bestürzt, sondern als würde sie etwas untertreiben. Schließlich wurde sie aus Mangel an Beweisen einfach entlassen. Die Ermittler warteten auf den offiziellen gerichtsmedizinischen Bericht nach der toxikologischen Untersuchung. Nach Erhalt des Berichts verstärkte sich der Verdacht gegen die Betreuerin noch. Neben Jessie interessierten sich die Strafverfolgungsbehörden auch sehr für ihre Mutter. Sie wurde ebenfalls kontaktiert und es stellte sich heraus, dass sie als enge Freundin von Lynn fungierte und dafür gesorgt hatte, dass ihre Tochter bei ihr arbeitete. Gemeinsam mit ihrer Tochter half sie der Frau bei der Bewältigung ihrer altersbedingten Probleme und versorgte sie mit allem, was sie brauchte. Auch die Mutter kam den Polizeibeamten verdächtig vor. Im Laufe der Zeit verstärkten sich diese Zweifel. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung erschienen besonders merkwürdig. Trotz ihres Alters und ihrer gesundheitlichen Probleme war es unwahrscheinlich, dass die Frau über einen längeren Zeitraum hinweg Augentropfen oral eingenommen hatte. Es musste geklärt werden, wie diese Mittel in so großen Mengen in ihren Körper gelangen konnte. Experten zufolge war die tödliche Menge der Substanz in mindestens vier Flaschen des Medikaments enthalten. Nach den Analyseergebnissen wurde festgestellt, dass Lynn mindestens sechs Flaschen getrunken hatte. Es soll zu schweren Magenkrämpfen und Schmerzattacken geführt haben. Die Symptome eskalierten, bis die Frau daran starb. Eine weitere Merkwürdigkeit kam ans Licht. Fast unmittelbar nach Lins Tod kauften sich Jessie und ihre Mutter einen großen, teuren, neuen Fernseher, obwohl die Frauen ein bescheidenes Einkommen hatten. Dann stellte die Polizei fest, dass das Auto der Verstorbenen an ihre Betreuerin Jessie übergeben worden war. Die Ermittler beobachteten das seltsame Verhalten der Frauen. Je länger der Fall andauerte, desto deutlicher wurde, dass Lynn nicht freiwillig gestorben war. Normalerweise versuchen Kriminelle, das Ergebnis ihres hinterhältigen Plans zu verschleiern, Beweise zu verstecken und alles zu tun, um der Justiz zu entgehen. Dies schien aber nicht der Fall zu sein. Den Ermittlern fiel auf, dass sich in die Worte der Betreuerin und ihrer Mutter Lügen einschlichen. Beide gaben Informationen in einer Weise wieder, die bestätigte, dass Lynn Hernan die Medikamente selbst eingenommen hatte, um zu sterben. Gleichzeitig trauerten die Mutter und die Tochter in keiner Weise um den Verlust, sondern freuten sich über das Erbe, das sie erhalten hatten. Daher wuchs der Verdacht gegen sie. Die Strafverfolgungsbehörden kamen zu dem Schluss, dass Jessie den Mordplan ausgeführt haben könnte. Obwohl ihre Mutter freien Zugang zur Wohnung ihrer Freundin hatte, erschien sie dort nur selten. Ihre Tochter hingegen war fast täglich dort, zumindest für mehrere Stunden am Stück, und hatte daher uneingeschränkten Zugang zu Lynns Essen und Medikamenten. Jessie behauptete weiterhin, dass sie die Frau aufrichtig liebte und ihr helfen wollte, sie waren wie eine Familie geworden. Doch die Ermittler waren überzeugt, dass Lynn damit den fatalen Fehler begangen hatte, einen potentiellen Mörder ins Haus zu lassen. Die Verdächtigen zeigten weiterhin Interesse an den Ermittlungen, riefen immer wieder auf dem Revier an und erkundigten sich, wie weit die Arbeit gediehen sei, ob sie etwas Neues herausgefunden hätten. Inzwischen war den Ermittlern klar, dass es nicht um die Angst vor dem Geschehenen ging. Jessie und ihre Mutter hatten Angst, enttarnt zu werden, und hielten die Hand auf den Puls, um die Angst zu lindern. Die Polizei erkannte, dass mehr Beweise für ihre Beteiligung und eine umfassende Untersuchung erforderlich waren, um Gerechtigkeit zu gewährleisten. Natürlich konnten Jessie und ihre Mutter nicht umhin, das zunehmende Interesse der Polizeibeamten an ihrer Person zu bemerken. Die Betreuerin begann sofort, sich zu rechtfertigen. Bei jedem Besuch auf der Wache behauptete sie, sie habe ein herzliches Verhältnis zu der Verstorbenen, sie behandelten einander fast wie Mutter und Tochter. Jessie beharrte darauf, dass jeder Verdacht gegen sie unbegründet sei, dass es nur ein Zufall sei, dass sie Pflegerin sei und immer in engem Kontakt mit der Frau gestanden habe. Das machte sie natürlich nicht zur Mörderin, aber die Ermittler verließen sich nicht allein auf Vermutungen. Dennoch äußerte sie sich zunächst nicht zu den erhöhten Tetrahydrozolinwerten in Lins Blut. Aber als sie in die Enge getrieben wurde, begann Jessie zu enthüllen, dass die Frau die Tropfen häufig benutzte. Und Lynn konnte das Mittel nutzen, wenn die Betreuerin nicht in der Nähe war. Sie führte dies auf die Tatsache zurück, dass bei die Verstorbene kognitive Probleme diagnostiziert worden waren, sodass sie nicht immer die volle Kontrolle über sich selbst hatte. Ziemlich schnell fanden die Polizeibeamten einen wichtigen Zeugen, einen Mann namens Andrew. Er war nicht mit Lynn verwandt, beschrieb aber ihre Beziehung zur Verstorbenen als eng und freundschaftlich. Die Frau freundete sich mit seiner Familie an und wurde zu einer Art Großmutter für den jungen Mann, die ihm sogar mit Geld half, als er auf dem College war. Da sie selbst keine Kinder hatte, bot sie dem jungen Mann sogar ein Erbe an. Der junge Mann lehnte dieses Angebot jedoch ab. Er wollte nicht, dass seine Beziehung zu Lynn als Profitstreben wahrgenommen wurde. Dennoch bestand die Frau darauf, das Erbe auf ihn zu übertragen, da sie ohnehin keine anderen Erben hatte. Sie hatten nie Zeit, die Angelegenheit zu besprechen und alles zu formalisieren, aber dem Mann zufolge bot Lynn ihm eine Summe von 10 bis 50.000 Dollar an. Andrew besuchte Lynn regelmäßig und war mit Jessie bekannt. Er glaubte, dass Lynns Tod damit zusammenhängen könnte, dass die Betreuerin, nachdem sie von den Plänen der Frau, ihn zu beerben, erfahren hatte, Angst hatte, die Gelegenheit zu verlieren, dieses Geld zu bekommen. Seltsamerweise wurden die Erbschaftspläne nie verwirklicht, denn nach Lynns Tod erbte Jessie plötzlich das gesamte Vermögen der verstorbenen Frau, was verdächtig aussah. Nach dem Tod der Frau wandte sich Andrew an ihre Betreuerin, in der Hoffnung, etwas von dem Geld zu bekommen. Jessie wies jedoch darauf hin, dass die Verstorbene viele Schulden hatte und ihre Rechnungen schon lange nicht mehr bezahlt hatte, sodass der größte Teil ihres Geldes zur Begleichung von Schulden verwendet wurde. Daraufhin beschloss der Mann, Anwälte zu kontaktieren, um alle Informationen zu überprüfen. Daraufhin nahm Jessie Kontakt auf und stimmte einem Treffen mit Andrew zu. Sie übergab ihm Dokumente, die die Rückzahlung von Lynns Schulden belegten. Nachdem sie alle Schulden beglichen hatte, blieben Jessie angeblich nur noch 26.000 Dollar, die sie ihm anbot, in zwei Hälften zu teilen. Als die Polizeibeamten all diese Dokumente in ihren Besitz bekamen, stellte sich heraus, dass es sich um Fälschungen handelte, die mit Hilfe eines Computerprogramms erstellt worden waren. Jessie hatte nie etwas an irgendjemanden gezahlt. Die Ermittler interessierten sich für die finanziellen Angelegenheiten von Jessie und Lynn und begannen, diese Informationen näher zu untersuchen. Sie fanden schnell heraus, dass Jessie in den Jahren, in denen sie als Pflegerin tätig war, verdächtige Transaktionen mit Lynns Finanzen vorgenommen hatte. Die Betreuerin hatte im Namen ihres Arbeitgebers Kreditanträge bei Banken eingereicht. Sie wurden bewilligt und die Banken gewährten die Darlehen. Alle Darlehen liefen auf den Namen der verstorbenen Frau, aber die tatsächlichen Gelder wurden von Jessie verwendet. Wie sich herausstellte, hatte sie im Laufe der Jahre etwa 300.000 Dollar geliehen, von denen zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle nur noch 88.000 übrig waren. Als Reaktion auf die finanziellen Forderungen der Polizeibeamten rechtfertigte sich die Verdächtige in jeder erdenklichen Weise und behauptete, dass dies alles auf Lynns Bitte hingeschehen sei. Sie behauptete, dass die Frau selbst die Unterlagen für die Kredite zur Verfügung gestellt habe, die sie selbst verwaltete, und dass Jessie nichts ausgegeben habe. Doch alle Fakten sprachen dagegen. In Bezug auf Tetrahydrozulin gab Jessie schließlich an, dass Lynn sie oft bat, Augentropfen zu kaufen. Sie nahm immer einen Vorrat mit, vier Flaschen auf einmal, die sie dann ihrer Arbeitgeberin gab. Die Betreuerin sah, dass ihre Mandantin wusste, wie sie die Tropfen verwenden und in ihre Augen einführen musste, sodass sie den Vorgang nicht kontrollierte. Dennoch waren die Strafverfolgungsbeamten misstrauisch gegenüber ihren Aussagen. Am Tatort wurden keine Fläschchen mit Augentropfen in der Nähe der Leiche gefunden. Stattdessen lagen Pillen verstreut herum, von denen keine Spuren im Körper des Opfers gefunden wurden. Jessie behauptete, dass Lynn die Tropfen auf ihrem Nachttisch neben dem Bett aufbewahrte, doch bei einer gründlichen Durchsuchung der Wohnung wurden sie nirgends gefunden. Das Lügengespinst wurde immer dichter. Ein offensichtliches Muster, das auf eine Inszenierung hindeutet. Offensichtlich hatte jemand die Verpackung weggeworfen, um seine Spuren zu verwischen. Der Gerichtsmediziner war sich sicher, dass der Verstorbenen über einen langen Zeitraum Augentropfen oral verabreicht worden waren, was zu Vergiftungen, unerträglichen Schmerzen und letzten Endes zum Tod führte. Die Selbstverabreichung von so vielen Tropfen vor dem Tod erschien unwahrscheinlich. Dies konnte nur darauf hindeuten, dass ein Giftmörder beteiligt war. Da Jessie die meiste Zeit mit ihr verbrachte und für ihre Ernährung und Medikamente verantwortlich war, war sie die Hauptverdächtige. Interessanterweise riefen die Ermittler Jessie nicht einmal an und luden sie zur Befragung ein. Sie selbst kam jedes Mal aufs Revier, um zu sehen, wie die Ermittlungen vorankamen. Die Pflegerin beharrte weiterhin darauf, dass sie keinen Grund hatte, die Frau zu töten. Sie schloss jegliche finanziellen Machenschaften und Geld als Motiv aus. Doch die Medikamentensituation hielt die Ermittler auf Trab. Jessie wurde bedrängt und die Pflegerin begann, unglaubliche Geschichten zu erzählen, dass Lynn angeblich gerne Wodka mit ihren Augentropfen mischte und erklärte, dass sie auf diese Weise doppelt so viel Freude an dem alkoholischen Getränk habe. Jessie zufolge wusste sie nicht, dass normale Augentropfen lebensgefährlich sein können und hielt dies für eine gewöhnliche weibliche Marotte. Jessie sagte, dass sie an jenem verhängnisvollen Morgen vier weitere Flaschen Augentropfen in die Wohnung brachte. Sie erzählte weiter, dass Lynn die Augentropfen sogar dem Wasser beigemischt hatte, und das ging etwa sechs Monate lang so, bevor es zu dem tragischen Ende kam. Offensichtlich wurde die Geschichte mit immer mehr bizarren Details gespickt. Auf diese Weise hoffte Jessie, sich trotz aller Indizien, die die Ermittler finden konnten, selbst zu entlasten. Die Ermittler waren überzeugt, dass sie in die Enge getrieben worden war und sich nach und nach Ausreden ausdachte. Schließlich wurde beschlossen, die Betreuerin wegen des Verdachts des vorsätzlichen Mordes und der Unterschlagung von Beweisen am Tatort zu verhaften. Jesses Mobiltelefon wurde zur forensischen Analyse eingeschickt, was der Polizei noch mehr Material lieferte. Es stellte sich heraus, dass sie in ständigem Kontakt mit ihrem Freund Scott stand. Es waren die Dialoge des Paares, die die Strafverfolgungsbehörden am meisten interessierten. Wie sich herausstellte, waren die Ausreden, dass sie nichts von den schädlichen Wirkungen der Augentropfen und deren potenziellen Gefahren bei oraler Einnahme gewusst haben konnte, gelogen. Die Betreuerin hatte lange Zeit damit verbracht, diese Informationen im Internet zu recherchieren, als sie begann sich um das zukünftige Opfer zu kümmern. In dieser Zeit lernte sie die Produkte, die diese Substanz enthielten, sehr gut kennen, als ob sie gezielt Medikamente ausgewählt hätte, die diese Substanz in großen Mengen enthielten. Natürlich standen Augentropfen an erster Stelle, da sie am wenigsten verdächtig waren. Sie waren in jeder Menge ohne Rezept erhältlich. Das Einzige, was noch zu tun war, bestand darin, die Frau davon zu überzeugen, die Substanz oral einzunehmen oder sie unauffällig in Speisen oder Getränke zu mischen. Angesichts ihrer kognitiven Probleme schien dies eine einfache Aufgabe zu sein. Aus ihrer Korrespondenz geht hervor, dass Jesses Freund nicht wusste, dass sie versuchte, Lynn zu vergiften. Einige Monate vor der Tragödie kam es jedoch zu einem merkwürdigen Dialog zwischen den beiden jungen Leuten. Jessie gab zu, dass es Lynn sehr schlecht ging, dass sie Blut erbrochen hatte und dass die Frau daraufhin ins Krankenhaus kam. Hier leisteten die Ärzte Hilfe und stellten eine Vergiftung mit Tetrahydrozolin fest. Es stellte sich heraus, dass die Pflegekraft sich der Wirkung des Medikaments nicht bewusst gewesen sein konnte. Die Polizeibeamten versuchten herauszufinden, ob Scott möglicherweise in den Vorfall verwickelt war und luden den Mann zur Vernehmung vor. Er bestritt, etwas von der Vergiftung gewusst zu haben. Gleichzeitig wusste er nach Jesses Aussage, dass ihr Mündel durch Augentropfen vergiftet worden war. Dennoch glaubte er nicht an all diese Geschichten, bevor er sich mit der Polizei in Verbindung setzte. Scott hielt Jessie für eine pathologische Lügnerin. Ihre Beziehung stand kurz vor dem Scheitern. Er war sich sicher, dass die Geschichte mit der Vergiftung ein Hirngespinst von ihr war. Sie hatten sich an jenem Tag gestritten und Scott glaubte, dass sie sich das ausgedacht hatte, um sein Mitleid zu erregen und ihn zur Versöhnung zu bewegen. Im September 2018 hatte Jessie ein weiteres Gespräch mit Scott. Sie berichtete, dass Lynn erneut durch Medikamente vergiftet worden sei und im Krankenhaus liege. Ihr Zufolge befand sich die Station auf der Intensivstation und war an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen. In Wirklichkeit war die Frau zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Scott hatte die Nase voll von der Beziehung und wollte sie an diesem Tag für immer beenden. Jessie versuchte erneut, ihn in die Irre zu führen, indem sie mit ihren Berichten, ihre Arbeitgeberin befinde sich in einem ernsten Zustand, Mitleid erregte. Auf diese Weise versuchte sie, den Freund zu halten. Aber hätte sie die Person, die sie ihre zweite Mutter nannte, benutzen können, um die Vergiftung vorzutäuschen und den Freund zurückzubekommen? Könnte ihr Fehler zu einer tödlichen Überdosis geführt haben, oder war es ein sorgfältig ausgeklügelter Plan, um eine schwer fassbare Erbschaft zu ergattern? Jessie hatte also zwei Beweggründe. Sie wollte natürlich Geld. Hunderttausende von Dollar an Krediten, die auf Lins Namen liefen, mussten irgendwann ans Licht kommen. Es ist möglich, dass die Arbeitgeberin all dies herausfand und sich dadurch selbst überführen ließ. Jessie nahm das Eigentum und das Geld der Frau in Besitz, für die sie sorgte. Das zweite Motiv war der verzweifelte Wunsch der Frau, die Beziehung zu ihrem Freund zu erhalten. Scott hatte wiederholt davon gesprochen, sich zu trennen, und Jessie deckte sich mit dem kränklichen Zustand der Frau ein, um ihn zu manipulieren und zu halten. So umgab die Verdächtige ihr Leben mit einem heiligen Schein aus Lügen, den selbst die Ermittler kaum durchbrechen konnten. Trotz aller Bemühungen der Ermittler gab Jessie ihre Schuld nie zu. Sie behauptete weiterhin, Lynn habe täglich Wodka getrunken und aus eigenem Antrieb Tropfen dazugegeben. Im Oktober 2023 begann der Prozess. Zu diesem Zeitpunkt war es den Ermittlern gelungen, das ganze Ausmaß des finanziellen Betrugs der Angeklagten zu entschlüsseln. Es stellte sich heraus, dass der Kreditrahmen von Lynn Hernan seit 2016 von fast null auf 72.000 Dollar gestiegen war. Das war erst der Anfang. Nach ihrem Tod wurden fast 16.000 Dollar aus der Wohnung der Frau gestohlen und zur Begleichung einiger ihrer Schulden verwendet. Laut Jessie hat sie damit nur die auf Lynn eingetragenen Kredite zurückgezahlt. Die Herkunft all dieser Beträge wurde jedoch festgestellt. Die Schulden hingen zusammen. Sie hatte bei Banken unter dem Namen ihrer Arbeitgeberin Kredite in Höhe von insgesamt etwa 300.000 Dollar aufgenommen. Außerdem wurden nach Lynns Tod Wertsachen im Wert von 150.000 Dollar aus ihrer Wohnung gestohlen. Zunächst war alles verschwunden, aber wie sich herausstellte, erhielt Jessie fast unmittelbar nach dem Tod ihres Mündels Geld auf ihre Konten. Wahrscheinlich handelte es sich um das Geld aus dem Verkauf von Lynns Besitz. Lynn selbst war eine wohlhabende, alleinstehende Frau, die fast nie Kreditkarten oder Kredite benutzte. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie all diese Dinge besaß. Daher wirkte der plötzliche rasche Anstieg der Schulden, der unmittelbar nach der Einstellung einer neuen Pflegekraft einsetzte, sehr verdächtig. Im Laufe der Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass Jessie jeden Monat in Casinos spielte und mit ihrem Freund, der nichts von der Herkunft des Geldes wusste, große Summen ausgab. Das Paar besuchte mindestens zweimal im Monat Glücksspieleinrichtungen. Die Ermittlungen ergaben auch, dass Jessie bereits vorbestraft war. Trotz ihres jungen Alters hatte die Angeklagte ein recht umfangreiches Vorstrafenregister, das mit Urkundenfälschung, Betrug und Glücksspiel zu tun hatte. Seit 2010 litt sie unter einer schweren Spielsucht. Im Februar desselben Jahres betrug Jessie zwei Personen um 4.000 Dollar, indem sie in deren Namen Kredite aufnahm. Obwohl sie keine gefälschten Dokumente benutzte, wurde bewiesen, dass die Gelder nur durch Betrug erlangt wurden. Bis 2010 hatte Jessie über 45.000 Dollar verloren. In dieser Zeit ließ sie sich weitere 2.500 Dollar und beantragte außerdem ein Darlehen von über 6.000 Dollar, wobei sie die Dokumente ihrer Mutter benutzte und behauptete, Jennifer habe das Darlehen genehmigt. Offensichtlich war dies eine Lüge, wie auch alles andere. Infolgedessen erhielt Jessie einen Kredit von über 6.500 Dollar, der durch das Auto ihrer Mutter gesichert war. Die Betrügerin zahlte diesen Betrag nie zurück, und die Mutter verlor beinahe ihr Auto. Sie musste eine große Anzahl von Dokumenten sammeln, um zu beweisen, dass sie diese Kredite nicht aufgenommen hatte. Während der Enttarnung wurde die Frau für zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt, aber sie hat nie die volle Strafe verbüßt, da sie wegen guter Führung vorzeitig entlassen wurde. Die Mutter behauptete jedoch, dass ihre Tochter schwer spielsüchtig sei. Die Staatsanwaltschaft bestand darauf, dass die 39-jährige Jessie einen vorsätzlichen Mord beging, um sich an ihrem Opfer finanziell zu bereichern. Außerdem konnte sie auf diese Weise alle Kredite abschreiben, die sie auf den Namen einer kranken Frau aufgenommen hatte, die an kognitiven Störungen litt und sich angeblich unüberlegt verschuldet hatte. Während ihrer Haft gestand die Giftmörderin einem ihrer Zellengenossen die Tötung von Lynn, doch nach ihren Angaben tötete sie die Frau, weil sie seit Jahren unter Schmerzen und fortschreitender Krankheit litt. Nach Ansicht der Pflegerin war es ein Akt der Barmherzigkeit, da sie die ihr nahestehende Person nicht länger leiden sehen konnte. Nach Ansicht der Anwälte hat Jessie ihr Mündel nicht getötet. Die Frau litt tatsächlich an kognitiven Störungen, fortschreitenden Krankheiten und Magenschmerzen. Laut Lins Verteidiger nahm sie Wodka-Tropfen, um sich in eine Art Euphorie zu versetzen. Ihre Arbeitgeberin überzeugte Jessie von der Unbedenklichkeit einer solchen Therapie und betonte, dass man damit leichter einschlafen könne, sodass sie die Mittel einnahm ohne sich der möglichen Gefahren bewusst zu sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab Jessie ihrem Arbeitgeber am Tag des Mordes Wasser mit sechs Fläschchen Augentropfen, obwohl die tatsächliche tödliche Dosis vier Fläschchen betrug. In der Verhandlung bestätigte die Angeklagte, dass sie Lynn Wasser mit dem Inhalt von sechs Fläschchen Augentropfen zu trinken gegeben hatte. Die Betreuerin war zunächst dagegen und riet Lynn von der Einnahme der Tropfen ab, doch nach einem langen Streit gab sie nach, obwohl sie nicht wusste, dass die Tropfen so gefährlich sein könnten. Jessie ging dann für ein paar Stunden weg, um Besorgungen zu machen, ohne zu wissen, wie viel Wasser mit der Substanz ihre Arbeitgeberin tatsächlich zu sich genommen hatte und wie es sich auf sie auswirken würde. In Anbetracht der Tatsache, dass Lynn zuvor das Krankenhaus aufgesucht hatte, wo die Tropfen als Vergiftung diagnostiziert worden waren, schien die Version der Frau von einer versehentlichen Vergiftung unhaltbar. Lynn war sich der Gefahren der Augentropfen wohl bewusst, sodass sie sie wahrscheinlich nicht noch einmal einnehmen würde. Auch Jessie wusste um die Gefahren von Tetrahydrozolin und das Hauptargument gegen die Pflegerin war die Tatsache, dass keine einzige Flasche mit Tropfen in der Nähe der Leiche gefunden wurde. Jemand hatte der Frau also eindeutig geholfen, das Medikament zu trinken. Die Verhandlung verlief offen und sehr emotional und der Richter beteiligte sich aktiv an den Diskussionen. Am 14. November 2023 befanden die geschworenen Jessie des Mordes ersten Grades sowie des Diebstahls von Eigentum, Geld und der Unterschlagung von Beweismitteln für schuldig. Als sie die Entscheidung der Jury hörte, brach Jessie in Tränen aus. Jessie erhielt eine lebenslange Haftstrafe, die nach 40 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Jesses Mutter und ihr Freund wurden nie angeklagt. Während sie hinter Gittern saß, webte Jessie weiter ihr Netz aus Lügen. Ein Freund von Jessie kam einige Zeit nach der Anhörung auf die Polizeiwache und übergab den Beamten einen Brief. Wie sich herausstellte, hatte die Giftmörderin ihr detaillierte Anweisungen geschrieben, wie sie Beweise für ihre Worte fälschen konnte. Die Absicht war, eine Sprachaufnahme von Lynn zu machen, auf der sie ihren letzten Willen und ihre Aussage, dass sie freiwillig sterben würde äußert. Zu diesem Zweck sollten elektronische Stimmveränderer verwendet werden. Jessie beschrieb ausführlich, wie sie die Aufnahmen der Verstorbenen finden konnte, damit sie wusste, wie die Fälschung aussehen musste. In diesem Brief war eine Art Skript niedergeschrieben, das von der Freundin auf der Aufnahme exakt wiederholt werden sollte. Der Legende nach klagte Lynn Hernan über kurzfristige Schmerzen, gesundheitliche Probleme und Depressionen, was den Ausschlag dafür gab, dass sie sterben wollte. Außerdem musste die Frau nicht nur über ihre Absicht, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, informieren, sondern auch ihr gesamtes Geld, ihren Besitz, ihr Auto und andere Dinge an Jessie vererben. Es handelte sich um all die Wertgegenstände, die die Verbrecherin gestohlen hatte. Die Giftmischerin ging sehr verantwortungsbewusst an diese Angelegenheit heran, bereitete detaillierte Anweisungen vor, beschrieb, wie man die Stimme verändert, und fertigte eine Reihe gefälschter Dokumente an. Sie beschrieb, was aufgeschrieben werden musste und wie es beglaubigt werden musste. Jessie kannte sich offensichtlich gut mit betrügerischen Machenschaften und Techniken aus, was zu einer weiteren Anklage wegen Mordes führen könnte, da sie ihren Freund zu einem Verbrechen ermutigte. Die Freundin sollte die Akten und Informationen so bearbeiten, dass der Zeitpunkt dieses Eintrags in den Zeitraum von zwei Tagen vor Lins Tod fiel. Jessie bettelte darum, dies zu tun, versprach, Geld zu geben, bat aber darum, dass sie unter keinen Umständen die Polizei informieren dürfe. Glücklicherweise beachtete ihre Freundin diese Ermahnungen nicht und manipulierte die Aufnahmen nicht. Es wird nun entschieden, ob gegen Jessie eine neue Anklage wegen Manipulation von Beweismitteln erhoben wird. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.